Der Wagen ist, ihr habt bestimmt schon mal gesehen, dieser kleine Häkel für Alain Bär selbst gemacht von Nationalspielerin Clara Bülow. Und letztendlich war der Gedanke dahinter, ja einfach ein bisschen glücklos. Sechs Stunden hat es gedauert, den kleinen Wagen zu häkeln. Auf jeden Fall hat er jetzt schon viele Fans, die versuchen, Wagen nachzuhäkeln. Und er bekommt mittlerweile auch schon seinen eigenen Platz für die Pressekonferenz. Er sitzt bei den Städten in der Bank, er hat seine eigene Instagram-Fansage und der Name Wagen ist ein Gemeinschaftsprojekt. Kapitänin Alexander Popp hat über den Teamchat einer Abstimmung gestartet und am Ende war es Team Wagen. Kanti! Kapitänin Alexander Popp hat über den Teamwagen. Kapitänin Alexander Popp hat über den Teamwagen. Kapitänin Alexander Popp hat über den Teamwagen. Ich bin da ein paar Minuten. Ich bin da aus, das ist. Ich bin da aus, das ist ja. Ich bin da aus. Ich bin da aus. Die sind da aus, die sind da aus. Ich bin da aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020